Ja, kurze Unterbrechung, ich musste, die Aufnahme wurde wieder leider unterbrochen, weil, ja, kein genügend Speicherplatz, so hier waren wir, ja, da waren wir gerade eben, gerade eben noch, oh nee, und so war schon wieder ein unzureichender Speicherplatz. Ich habe jetzt gerade noch Rovebox, wo mein Tablet ampernt, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch die Aufnahme machen kann hier, so ja, wie gesagt, die hoffentlich nicht so lange dauern wird, auch wenn ich mal, ich weiß es, ehrlich gesagt nicht. 2, Speicherplatz, oh, was, ich habe es gerade nicht gesehen. Ah, ich bin tot. Ich habe gerade so viele Shotgun-Menü in den Kopf geladen. Was? Okay, das lade ich wieder. Das muss ich wieder laden. Jetzt ist es halber zurück. Ich kann es gerade wieder laden. Ah, jetzt hat man so einen Wecker in der Aufnahme drin. Aber was soll es? Hat man mal einen Wecker gesehen. So, jetzt ist es mal angeblich. So, einmal den goldenen Schlüssel in die Gas. Hallo. Oh, ich muss erst einmal drücken. So. 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 Also wieviel Schüsse haben die was denn gesagt? Na hier gehts noch mehr, hier gehts zu spielen, eins noch mehr. Dann kann ich den hier ins andere Zimmer reinziehen. Ne, noch einmal. Noch einmal. Und sogar noch einmal. Hau rück. Und Hau rück. Ein Meter. Ich hab selber nicht so viel Zeit, weil ich muss auf Gericht zum Mittagessen gehen. Aber ich weiß nicht, dass ich zwölf Uhr zum Mittagessen. Viertel Uhr gehe ich meistens, wenn er los ist. Soll ich mich noch ein bisschen dran halten muss. Aber das ist für mich kein Problem. Ich nehme ja gerne auf. Ich muss den hier einmal hochziehen. Okay, nein. Nein. Das war. Oh. Das machen wir hier mal. Ja. Ich glaub du machst nur die Tür hier zu wieder. Ich lege das jetzt auch. W sommige. Ich lege die Tür. Ich lege den, das ist ja noch mal. Ich lege die Tür. 3 Schuss ist nicht gut, Scheiße, ja, Scheiße, ja, ich weiß was, ich würde ihn mal runter lassen, ich weiß nicht warum der Hebel von innen noch mal das, was ich hier zu machen kann, aber wie soll's, das ist der erste Hebel von innen, wenn sie mal mit, ach geil, ok, das war's dann mit der Zisterne, wir haben jetzt 2 von 3 gefunden, und 56 Minuten, da hab ich aber fast eine Stunde, hab ich hier so hübsch in dem Level, braucht man mehr Level, aber später wird's von der Zeit, immer mehr und mehr, aber dann würd ich mal sagen, lass es mal gut sein mit dieser Aufnahme und wenn euch das Video gefallen hat, dass das Video leichter, also einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder, aber ich hab mal gesagt, es gab es Trugger, dann würd ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, ciao! Video. Video.